In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Adresen richtig mischen. Mischen Sie Ihr Herz- und Härtergemisch für mindestens 3 Minuten. Vergessen Sie dabei nicht, die Seiten und den Boden zu schaben, sodass sich die ganze Mischung plangemäß katalysieren und erhärten kann. Machen Sie sich keine Sorgen, falls sich bei Mischen Luftblasen bilden. Um diese kümmern wir uns im fünften Schritt. Nun geht es weiter mit Schritt 4. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.